Deutsche Polizei, ein Heft. Da ist ein gewisser Marwan Aboutan und der berichtet für die Deutsche Polizei auf Seite 16. Muslime müssen erkennen, dass radikale Bewegungen wie die Salafir den Islam pervertieren. Was wollen die damit sagen? Die wollen damit den Islam zu einem Islam machen, der nicht Islam ist. Weil die anderen Gruppen so gut wie keine Dauer machen. Und nur hinter verschlossenen Türen. Aber damit kannst du die Masse nicht ansprechen. Ist es so oder ist es nicht so? So, und was passiert dadurch, Bruder? Ohne Dauer stirbt der Islam. Stirbt der Islam. Stirbt der Islam.